Kapitel 14 Er muss weg Weinend saß ich in einer Ecke eines Klassenzimmers. Die schrecklichen Bilder des Traumes waren überall. Ich spürte nicht einmal die Kälte an meinen nackten Füßen. Die Hitze und der Flammen aus meinem Traum machten es unnötig. Immer wieder sah ich, wie Marm brennend durch das Wohnzimmer rannte. Die anderen Gestalten waren nicht mehr erkennbar gewesen. Es war nicht real, flüsterte ich mit einer rauer Stimme und krallte mich in die Ärmel meines Schlafanzuges. Ich dachte an Tom und das, was ich gesehen hatte. Oder besser gesagt, dass ich gesehen hatte, wie er wirklich war. Er hatte mich so sehr getäuscht, geblendet und jetzt, da ich Einblick hatte in seiner Vergangenheit und seine Gefühle, erkannte ich, wer er wirklich war. Seine Gefühle waren so unfassbar schwer zu verstehen, durcheinander und aufbrausend. Und sie reichten wahnsinnig tief. Es fiel mir manchmal sogar schwer zu atmen, wenn sie wie eine Flutwelle auf mich eindonnerten. Ich fühlte mich verzweifelt und heillos überfordert. Tom war sechzehn und ich elf. Ich konnte nicht mehr damit umgehen. Meine Schluchzer stockten und ich wischte mir die Tränen fort. Meine Finger bebten, während ich mich selber sammelte und wieder auf die Beine kam. Es gab keinen anderen Ausweg mehr. Ich war schon lange nicht mehr Herr der Lage. Und es gab mir nur einen Menschen, der mir heraushelfen konnte. Wo warst du denn zu so späten Stunden? fuhr mich die fette Dame an, als ich sie weckte. Gerade so ein junges Mädchen wie du sollte hier nicht rumstreunen. Sie sah mich scharf und tadelnd an, doch sie kam nicht dazu, mir weitere Vorhaltungen zu machen. Denn ich schrie ihr das Passwort entgegen. Mir egal, was sie davon hielt. Es ging hier um etwas sehr Wichtiges. Ich verlor keine weitere Zeit und kletterte durch das aufgeschwungene Porträt, rannte zur Wendeltreppe, die zum Stafsaal der Jungen führte. Endlich fand ich die Tür der Fünfklässler und öffnete sie vorsichtig. Wie erwartet waren alle im Tiefschlaf. Vorsichtig schlich ich an das Bett vorbei und fand endlich meinen Bruder. Langsam setzte ich mich neben Percy und nahm seine Brille vom Nachttisch, der voller Bücher war. Obenauf prangte sein Vertrauensschülerabzeichen. Dann strich ich ganz sanft eine Locke aus seinem schmalen Gesicht. Er zuckte und blinzelnd öffneten sich seine Augen. Wer ist da? Stieß er aus und ich reichte ihm die Brille. Ich bin's! Flüsterte ich und sah mich um, ob er auch keiner der anderen erwacht war. Zum Glück fing nur einer der Jungs an zu schnarchen. Genie? Er wiesete Percy flüsternd und richtete seine Brille. Ist was passiert? Fragte er sofort hellwach und setzte sich auf. Du hast mich doch gefragt, was mit mir los ist, sagte ich langsam. Er nickte ernst und blickte mich durch die dicken Gleise seiner Brille an. Willst du es mir endlich erzählen, was los ist? Ich nickte und eine Woga der Erleichterung durchfuhr mich. Percy würde es verstehen. Er würde mir zuhören, mich nicht lächerlich machen und dann eine wohlüberlegte Lösung bereit haben. Percy würde mich retten. Ich öffnete schon den Mund, doch da spürte ich einen Luftzug, den nur ich spüren konnte. Ein Zittern durchlief mich, als ich sah, dass eine Gestalt neben Percy stand. Tom starrte auf mich herab, mit vor Zorn blinzenden Augen. Was genau tust du da, Genie? Schnell sah ich zu Percy, doch er schaute mich immer noch wartend an. Er konnte Tom weder sehen noch hören. Ich muss es jemandem sagen, Tom, bitte, dachte ich fliehendlich und versuchte meine Miene zu wahren. Wenn du es ihm erzählst, sagte Tom und machte eine Pause, während er sich zu meinem Bruder herunterbeugte. Dann kann ich nicht mehr für seine Sicherheit garantieren, beendete er und strich Percy über den Hals, der jedoch zeigte keine Reaktion. Du wirst auch nicht erleben, wie dein Albtraum Realität wird, oder? Toms Augen waren dunkel und undurchdringlich. Ich zweifelte nicht daran, dass er es ernst meinte. Es schnürte mir die Brust zu. Bilder von meiner Familie angeschlossen in den Flammen wirbelten durch meinen Kopf. Genie, was ist los? Du bist schon wieder so weiß im Gesicht, sagte Percy und legte die Hand an meine eiskalte Wange. Ich wünschte, ich könnte es dir erzählen, stieß ich hervor und Tränen brannten mir in den Augen. Du kannst mir alles erzählen, sagte Percy nun ernsthaft besorgt. Aber wenn du es mir nicht erzählen kannst, geh mir zu Professor McGonagall oder doch besser zu Dumbledore selber. Ich war schon drauf und dran aufzustehen, doch Tom hob eine Augenbraue und sah mich scharf an. Nein, bitte nicht. Es geht nicht, Percy. Es tut mir leid. Wieder nur Tränen. Tom hatte recht. Ich war klein und viel zu unerfahren und schwach. Ich konnte unmöglich meine Familie oder irgendjemanden sonst hier in Hogwarts in Gefahr bringen. Das hier ging nur ihm und mich etwas an. Und das alles musste aufhören, bevor noch mehr schreckliche Dinge passieren konnten. Ich weiß jetzt, was ich tun muss, sagte ich und blickte Tom dabei direkt ins Gesicht. Ich wirbelte herum und sprintete aus dem Schlafsaal. Percy rannte mir nach, doch ich war zu flink für ihn und war bereit, zu schliessen das Porträt hindurch, als er gerade mal den Gemeinschaftsraum betrat. Es wunderte mich, dass Tom bald neben mir auftauchte, doch ich rannte weiter. Was tust du, Ginny, sagte er ruhig, doch ich wusste, er war alles andere als gelassen. Er war schon fast panisch, weil er nicht die Kontrolle hatte. Was ich schon vor Ewigkeiten hätte tun sollen, schrie ich und riss die Tür zur Märchentoilette auf. Und riss die Tür zur Märchentoilette auf. Tom hatte recht, es zog mich ständig magisch zu diesem Ort. Ich öffnete die Kabinentür und klappte den Toilettensitz hoch. Dann holte ich aus dem Bund meines Pyjamas das Tagebuch hervor, mit dem alles begonnen hatte. Das wirst du nicht tun, Ginny, sagte Tom und ich spürte, dass er dicht hinter mir stand. Er legte mir eine Hand auf die Schulter und drehte mich mit Macht rum. Ich stand an die Toilettentür gepresst und kämpfte gegen seinen harten Griff. Aber Tom war unerbitterlich in seinem Zorn. Bitte, lass mich gehen, ich kann das alles nicht mehr, flüsterte ich. Das Tagebuch hing lose meinen zittrigen Fingern an mir herunter. Toms Hände bohrten sich schmerzhaft in meine Schulter, doch von einer auf die nächsten Sekunde verschwand die ruhlose Wut aus seinen Augen. Wieso willst du alles wegwerfen, sagte er mit völlig veränderte Stimme und der Griff lockerte sich. Stattdessen nahm er mein Gesicht in beide Hände. Bleib bei mir, Ginny, ich flehe dich an. Er küsste mich auf die Stirn, dann auf die Wange. Er wirkte so unendlich verzweifelt, so reuevoll. Mein Herz schlug höher. Das hier, das war der Tom, den ich so sehr mochte. Der liebenswerte und freundliche Junge, den ich kennengelernt hatte. Seine Küsse brannten auf meiner Haut und schürten die Zweifel in meinem Innern. Das Buch in meinen Fingern bebte. Ich war drauf und dran, es fallen zu lassen. Ich versuchte, seine Gefühle und Gedanken zu ertasten, doch ich stieß nur auf meine eigenen. Da waren keine Gefühle von seiner Seite, die ich aufschnappen konnte. Und genau diese Erkenntnis brachte mich wieder zur Besinnung. Wenn du es ernst meinen würdest, müsstest du deine Gefühle nicht vor mir verbergen, erwiderte ich mit einem schmerzvollen Blick. Liebe wohl, Tom. Und mit diesem Satz ließ ich das Buch in die Kloschüssel gleiten. Ich stieß ihn von mir und zog an der Schnur für die Spülung. Tom schrie und seine Hände wollten sich um meinen Hals legen, doch ich zog meinen Sauberstab. Tom war nicht real, also konnte ich ihn auch nicht mit normalen Flüchen belegen, doch ich konnte ihm entkommen. »Expulso!« schrie ich, und die Toilettenwand neben mir zerbarst in tausend Einzelteile. Ohne lange zu überlegen, sprang ich über die Reste hinweg und rannte raus in den leeren Gang. Toms Wut und Zorn tobten in mir, und jede Zelle meines Körpers kämpfte gegen meinen Willen. Alles in mir wollte, dass ich ihn zurückholte. »Er, er hat meine Familie gedroht«, rief ich mir selbst zu. »Er hat es nicht anders verdient!« An der nächsten Ecke schlitterte ich, um meine Beine verloren den Halt. Als ich aufstehen wollte, gehorchte mein Körper mir nicht mehr. »So leicht wirst du mich nicht los«, wisperte Toms Stimme in meinem Kopf. »Du bist weg«, flüsserte ich, »und das hier ist mein Körper!« Mit aller Macht schmiss ich mich gegen den Parasiten meines Körpers und drängte ihn Stück für Stück nach hinten. Tom war stark, doch mein Wille war stärker. Endlich stieß ich ihn weg und übernahm wieder die Kontrolle. Doch es kostete mich alles an Kraft. Ich sank auf den kalten Boden zusammen und fühlte mich augenblicklich furchtbar leer. Er war weg, keine Stimme mehr in meinem Kopf. Niemand, der meinen Körper übernahm. Er war weg. Ich hätte jubeln sollen, doch stattdessen weinte ich. Denn Tom war weg. Kapitel 15 Dunkelheit Dunkel wogte die Schwarz um mich herum. Ich schwebte, doch nein, ich schwebte nicht. Ich schwamm. Mit all meinen Sinnen versuchte ich zu tasten, zu erspüren, doch ich war abgeschnitten von jeglichen Sinnesorganen. Ich war nicht tot, dessen war ich mir gewiss. Ich lebte, aber nur zur Hälfte. Langsam kehrten die Erinnerungen zurück und bemannten mich. Ich konnte nicht in Ginnys Körper zurückkehren. Sie hatte mich hinausgestoßen. Die Verbindung gekappt. Meine Seele war abgeschmettert worden von ihrer, und zwar zurückgeschnellt zum Tagebuch. Meinem Gefängnis. So viel, wie ich in Erfahrung bringen konnte von meiner Umgebung, oder besser gesagt der Umgebung meines Gefängnisses, floss ich dahin im Wasser, wurde gegen dunkle Ruhe geschleudert und kam irgendwann in einer schmutzigen Ecke zum Erliegen. Sie hatte es tatsächlich getan. Der Gedanke wapperte durch meinen Kopf. Ginny hatte mich fortgeworfen wie ein Stück Müll. Sie hasste mich. Wir hatten unsere Emotionen unfreiwillig geteilt. Daher bestand kein Zweifel. Ginny war fort und somit die einzige Möglichkeit, hier rauszugelangen. Ich schrie vor Wut und Verzweiflung, doch mein Gefängnis rüttelte sich nicht mal. Niemand würde mich hören. Ich könnte genauso gut tot sein. In diesem Moment wünschte ich mir zum ersten Mal, tot zu sein. Dieses Leben, dieses halbe Leben, es war schlimmer als alles, was ich mir je hätte vorstellen können. Nein, Tom, du wolltest es so, weil niemand sonst es je gewagt hat, sagte ich zu mir selbst, weil alle anderen Zauberer zu schwach waren. Du hast großartiges Errungen. Dies ist nur ein kleiner Preis. Ein kleiner Preis. Es ist erst der Anfang der Unendlichkeit. Wer war schon Ginny Weasley im Vergleich zum Unendlichen Leben? Zum Großartigsten aller Zauberer. Sie wusste nicht, wer ich war. Sie würde sich ins Höschen machen, wenn sie es wüsste, und sollte ich jemals wieder zu ihr gelangen, sollte sie meinen Zorn zu spüren bekommen für das, was sie mir am heutigen Tag angetan hat. Ich wusste nicht mehr, wie lange ich verweilte in meinen Gedanken. Zeit spielte keine Rolle für meinen Horcrux. Doch irgendwann spürte ich ein starkes Ziehen in meinem Gefängnis. Erneut bübelte Wasser um uns herum, und ich meinte schon beinahe, dass wir uns aufwärts bewegten. Stimmen schallten von irgendwo her, doch ich konnte keinem Gespräch folgen. Die Stimmen nicht zuordnen. Doch ich brachte sofort alle Aufmerksamkeit an die Oberfläche, jetzt, wo ich nicht mehr taub und abgeschottet im Wasser herumlag. Ich unterdrückte die Freude, die in mir aufstieg. Es fühlte sich an, als hätte ein Mensch mein Gefängnis berührt. Ich wusste nicht, wer es war, obwohl ich mir fast sicher war, dass ich Ginny augenblicklich wiedererkannt hätte. Schließlich war ihre Seele mit meiner verbunden. Es war sicher nicht Ginny. Doch es war, als würde ich einen langen, verschollenen Bruder wieder in die Arme schließen. Ich wusste nicht, ob es daran lag, dass alles besser war als ein stinkender, einsamer Abwasserkanal oder daran, dass irgendetwas Besonderes an dem Menschen lag, der mich gefunden hatte. Ich war jedoch erfüllt von wahrem Glück. Vielen Dank. Vielen Dank.